Ja, ich stehe hier in der zweiten Ausstellung mit Namen Ausgekocht im Museum Frauenkultur regional international in Fürth bei Nürnberg im Marstall vom Schloss Burgfarnbach. Es ist eine sehr spannende Ausstellung zum Thema Kochen und Ernährung mit der Fragestellung wird noch gekocht oder nicht. Die Themen, die hier dargestellt werden, ist erstens die Nahrungsmittelkette, zweitens was hat sich am Kochen verändert, drittens Essen in seinen kulturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten und viertens 18 Frauen mit ungewöhnlichen beruflichen Profilen, die hier vorgestellt werden, zum Beispiel eine Bäuerin mit interkulturellen Helferinnen, eine Bloggerin aus Syrien geflüchtet, die sich ihre Heimat ein Stück zurückholt mit Kochen, Darstellen und Austauschen von Speisen, einer Foodfotografin mit sehr ungewöhnlicher Foodfotografie durch sehr bewegte Bilder, KUKASA als Plattform für neue Menschen in der Stadt mit dem Motto Koche dich durch deine Stadt, bis zu meiner Person als Trendforscherin und Produktentwicklerin auch mit der Fragestellung Was essen wir morgen? Also eine sehr spannende Ausstellung mit vielen Impulsen und Inspirationen. Ich finde, es lohnt sich hier hinzu.